Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. Heute geht es selbstverständlich weiter mit Expressions bzw. mit Try and Catch als Expression. Und ja, das ist sozusagen eine der großen Stärken von Kotlin. Denn Kotlin, wie wir wissen, hat sehr, sehr große Stärken im Bereich Null. Das heißt, das sind diese tollen Fragezeichen-Typen. Und ja, wir können uns zum Beispiel bei einem User-Input nie ganz sicher sein, was der da eingibt. Und genau deswegen werden wir heute versuchen, das Alter eines Users einzulesen. Gut, was es exakt ist, ist völlig egal, aber wir wollen sozusagen eine Zahl vom Benutzer einlesen und diese dann vom String in einen Integer konvertieren. Und das können wir super gut über Try and Catch machen. Das heißt, was wir hier machen ist, wir sagen, value, Alter, vom Typ in Fragezeichen, weil wir ja nicht wissen, ob er auch wirklich einen Int eingegeben hat oder ob er Mist gebaut hat, ist gleich. So, und jetzt eben, falls er keinen Mist gebaut hat, das kommt in den Try-Block rein, da sagen wir ganz einfach, readLine.toInt. Okay. So, und wir nehmen hier einfach an, dass der User hier nicht nichts eingegeben hat, sprich, dass er etwas eingegeben hat und dass das nicht null ist. Und deswegen sagen wir hier zwei Ausrufezeichen, okay, und konvertieren das in einen Integer. So, und das ist das, was passiert, wenn alles gut läuft, wenn alles, äh, wenn was schlecht läuft, dann wollen wir den User hier, ähm, naja, dann wollen wir nicht, dass das ganze Programm abstürzt, sprich, wir sagen einfach hier, okay, es kann natürlich sein, dass diese Zahl vielleicht einfach nicht gültig war. Das heißt, wir sagen hier Catch und, ähm, wir geben hier, wir fangen, halt, stopp, das will ich vorne dran haben. Wir fangen selbstverständlich eine Number Format Exception ab, okay. So, und ich, ich mach das jetzt mal für euch einfach so ein bisschen übersichtlicher, wir machen das jetzt mal so, nicht mehr als Einzeiler, sondern eben als Mehrzeiler, dass man es aber trotzdem gut lesen kann. Okay, ähm, dann machen wir das in eine neue Zeile, das in eine neue Zeile. So, wir catchen, ähm, selbstverständlich die Number Format Exception, falls eben dieses ToInt nicht funktioniert, bei Readline gehen wir einfach davon aus, dass es funktioniert, weil wir hier diese zwei Ausrufezeichen haben. Wir können natürlich hier auch ein Fragezeichen reinpacken, aber, ähm, müssen wir nicht. Und ja, dann sagen wir hier, okay, wenn es halt nicht funktioniert hat, dann ist dieser Wert hier oben, der Alter-Wert, der kann ja auch Null sein, ist ja offensichtlich ein In-Fragezeichen, der ist dann eben Null. Und ja, damit können wir sozusagen hier automatisch das Ganze konvertieren und haben in Alter direkt das Richtige drinstehen. So, und was wir dann machen ist, wir printen einfach unser Alter mal aus. Ups, Alter, okay. Ähm, machen wir ein Printline draus, weil wir oben drüber und unten drunter vielleicht noch weitere Sachen haben. Und, go. So, und wir sehen hier, ähm, 42 for Finally, das ist das von letztem Video. Und dann sagen wir hier mal 42 dazu. So, und wir haben offensichtlich 42 als Alter zurückgegeben. Was passiert denn jetzt, wenn wir aber zum Beispiel was Falsches eingeben? Also zum Beispiel, Hallo Welt, weil wir keine Ahnung haben, was hier eigentlich von uns erwartet wird, dann kommt hier selbstverständlich ein Null raus. Wunderbar. Und ja, so könnt ihr wunderbar auch Try und Catch als Expression verwenden, indem ihr das dann einfach so direkt zuweist, wie ihr das bei einer normalen Expression eben gewohnt seid. Super coole Sachen. Gibt es eigentlich, soweit ich weiß, ähm, in relativ wenig Sprachen. Cotton ist eine davon und das führt natürlich dazu, dass man auch außerhalb von diesem Try-Block mit diesen ganzen Variablen arbeiten kann, was die Lesbarkeit wirklich stark erleichtern kann. Das heißt, ich bin jetzt hier nicht gezwungen, mit meinem Alter ausschließlich innerhalb von diesem Block hier zu arbeiten, sondern ich kann natürlich Alter einfach hier reinschreiben und so weiter und so fort. Klar, es gibt auch Wege drumherum, aber, ja, in diesem Fall ist das sehr, sehr angenehm und erleichtert einem schon das Leben, würde ich so behaupten. Deswegen zeige ich euch das Ganze natürlich auch. Gut, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.